Hey, Haukartoffeln! Ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos hatte ich für euch im Start. Und in diesem Video möchte ich mit euch über die Lobbys sprechen. Seit etwa eineinhalb Monaten haben wir ja die Mini-Lobbys aktiv im Online-Modus. Das bedeutet Lobbys, in denen zwischen zwei und fünf anderen Spielern meistens nur mit einem in der Lobby drin sind. Früher waren kleine Lobbys schon, als nur 15 andere Leute dabei waren und große Lobbys konnten mal locker bis zu 25 Spielern umfassen. Das war auch von Rockstar so vorgesehen, denn es gibt bestimmte Aktivitäten, wie zum Beispiel fremde Personen-Missionen oder auch die Fernlieferung von Waren, die von anderen Spielern unterbrochen werden soll. Und Rockstar fördert dieses Verhalten ja sogar, indem sie das belohnen, wenn das jemand macht. Indem der zum Beispiel dann die Waren von dem Händlerwagen abstauben kann und selber abliefern kann. Und das funktioniert nun mal eben nicht mehr, wenn man diese kleinen Lobbys hat, wo nur ein anderer Spieler zum Beispiel mit einem dabei ist oder wo man sogar komplett alleine in der Lobby ist und das einfach so. Ich dachte, dass Rockstar das vielleicht eingeführt hat, damit sie die ganzen Bugs erstmal beheben können und damit man jetzt eine ruhigere Spielumgebung hat. Denn Fakt ist, in diesen kleinen Lobbys funktioniert das Spiel um einiges besser. Man hat nicht nur wenige Abbrüche, man hat auch mehr NPCs, mehr dynamische Events, man hat mehr wilde Tiere auf der Map, aber im Gegensug natürlich keine Spielerinteraktion mehr. Wobei ich auch sagen muss, wenn wir mal ehrlich sind, in 90% der Fällen hat man sich doch eh nur ignoriert, wenn man sich über den Weg gelaufen ist. Aber das kleine Fünkchen Gefahr war trotzdem immer noch da. Und das möchte Rockstar auf jeden Fall erzeugen, diese Spannung, wenn man einem anderen Spieler im Online-Modus begegnet. Und das ist momentan nicht mehr der Fall. Rockstar hat aber nicht geplant, dass das so ist. Ich bin mir fast 100%ig sicher, dass das ein unvorhergesehener Bug ist, dass sie eigentlich schon volle Lobbys haben möchten. Aber diese Mini-Lobbys sind momentan aktiv. Sie haben vielleicht gesehen, dass die ganz gut bei Spielern ankommen und haben die auch erstmal aktiv gelassen. Aber zuletzt, bei Update 1.24 hat man gesehen, dass für kurze Zeit volle Lobbys wieder aktiv waren. Also erst als wir etwas zum Download hatten, hat sich das Lobby-System verändert. Allerdings auch nur für kurze Zeit. Hier ist die Frage, ob Rockstar vielleicht danach noch was aus dem Skript rausgenommen hat, um die kleinen Lobbys wieder zu aktivieren, weil sie gesehen haben, dass der Aufschrei relativ groß aus der Community war. Oder ob sie da schon die großen Lobbys wieder reaktivieren wollten, aber aus irgendeinem Grund hat es dann noch nicht geklappt und die kleinen Lobbys haben wieder Überhand genommen. So oder so denke ich, dass das hier kein dauerhafter Zustand bleiben soll, sondern jetzt eine Notlösung ist. Aber sobald wir den nächsten großen Patch bekommen, das nächste Update mit der nächsten Rolle und dem nächsten Outlaw-Pass werden wir auch wieder die vollen Lobbys erhalten. Das Beste wäre natürlich, wenn man selber entscheiden könnte, ob man in eine Solo-Lobby gehen will, in eine Invite-Only-Session oder in eine normale Open-Lobby, wo jeder rein kann. Genauso wie das auch bei GTA der Fall ist. Rockstars Grund für eine einzige Lobby-Art war in Interviews immer, dass man die Community nicht auftrennen möchte. Man möchte, dass alle Spieler unterschiedlicher Art immer auf einen Server zugreifen. Das ist ihre Logik. Fragt mich nicht, ob das gut ist. Meiner Ansicht nach nicht. Meiner Ansicht nach ist immer Option die beste Lösung. Desto mehr Optionen, desto besser. Auch wenn es Optionen sind, die nicht allzu viele Spieler nutzen möchten, trotzdem mit reinbringen, weil das für diejenigen wenigen, die das nutzen möchten, immer was Gutes ist. In dem Fall von Solo-Lobbys ist das sogar eine Sache, die über die Hälfte der Community eigentlich haben möchte. Und das sieht man auch jetzt bei den Umfragen, wenn ich zum Beispiel frage, wie findet ihr diese kleinen Lobbys? Da sind immer die meisten eigentlich dafür, dass sie die entweder cool finden, also richtig cool, oder zumindest immer noch besser als die vollen Lobbys. Es ist natürlich immer noch ein relativ großer Teil dabei, der die großen Lobbys bevorzugt. Und für die muss man definitiv auch große Lobbys wieder reinbringen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man die kleinen Lobbys abschaffen muss. Wie gesagt, Option wäre die beste Lösung. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was Rockstar wahrscheinlich macht, dann werden sie wahrscheinlich diese kleinen Lobbys aus dem Spiel bringen und nur die großen normalen Lobbys wieder rein. Denn so ist das Spiel vorgesehen, so möchte Rockstar das haben und so werden sie das auch beim nächsten Download wahrscheinlich umsetzen. Wann der genau sein wird, kann ich euch nicht sagen, denn zu Halloween sollte ja theoretisch kein Download erfolgen. Theoretisch. Denn den Halloween Pass, die Modi, die Zombie-Modelle, das ist alles schon im Quellcode vorhanden. Und das haben Dataminer ja jetzt schon herausgefunden und gesehen. Das bedeutet, normalerweise müssten wir jetzt nichts mehr downloaden. Rockstar muss das einfach nur noch freischalten. Genauso wie sie das auch immer bei den Dripfeed-Content vom Dienstag machen, dass sie einfach nur sagen, okay, um 12 Uhr wird das automatisch freigeschaltet. Dann können alle die nächste Sichtungsmission bei Harriet spielen. Genau das Gleiche wird auch beim Halloween-Content passieren. Außer natürlich, Rockstar entscheidet sich eben noch ein bisschen mehr reinzubringen, auch die vollen Lobbys wieder aktiv zu machen. Dann denke ich, zu Halloween werden wir schon wieder die vollen Lobbys bekommen. Ansonsten könnte das tatsächlich noch viel länger dauern, bis zum Winter-Update. Also ich bin ehrlich, ich persönlich feiere diese Mini-Lobbys. Ich hätte nichts dagegen, wenn das bis zum Winter-Update dauern sollte. Aber ich bin mir auch sicher, dass es einige Spieler gibt, die nicht mehr so lange warten wollen. Wenn Rockstar sich also wirklich bis zum Winter-Update Zeit lassen würde, werden diese Spieler bestimmt abspringen und nie wieder in Red Hat Online zurückkehren, was auf jeden Fall schade wäre. Von dem her, ich hoffe, dass wir tatsächlich schon zum Halloween-Update einen Download bekommen, wo diese vollen Lobbys wieder zurückkehren werden. Zumindest als Abwechslung zu den Mini-Lobbys jetzt mal. Wir hatten jetzt knapp zwei Monate die Mini-Lobbys. Ich denke, jetzt wird es auch mal wieder Zeit für ein bisschen PvP in der Open World. Und wenn das auch nur ein paar Tage anhält mit den vollen Lobbys, ist das denke ich auch schon geholfen. Aber das war jetzt erstmal meine Meinung zu den Mini-Lobbys in Red Hat Online. Schreibt mir auf jeden Fall eure in die Kommentare unten. Ich verabschiede mich erstmal an der Stelle mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanal-Mekwirtschaft unterstützen. Von meinem Prophet Chris, der Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Kevin, Big, Chris, die Wille, Assassin, Kuruka, Blackout, Drank, die Vitamara, der Lukas, Marco und Christian. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.